Willkommen zurück zu LittleBigPlanet. Ich bin hier immer noch mit der Fee. Yay! Ich bin eine Fee. Mein Gott, wir fliegen einfach zum nächsten Level. Immer noch. Nein, du bist keine Fee. Nach wie vor nicht. So, genau, die Gärten. Alles im Griff. Muss man da greifen. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Nett, dass du nichts spoilern willst. Ja, auf jeden Fall. Komm, rein da. Spielen. Lädt. Lerne, Dinge zu greifen. Das ist, das ist, ja. Ja, Carsten, lerne, Dinge zu greifen. Zu begreifen, ne? Wolltest du das damit sagen? Nein. Lerne, Dinge zu begreifen, Carsten. Aufgepasst! Einige Materialien kannst du mit der R1-Taste greifen. Klettere diese Maul hoch, um zu verstehen, wie das funktioniert. Okay, wir können Sachen greifen, wie zum Beispiel einander. Hahaha, bleib hier auf. Es ist eine Fee. Nein, es fehlt nicht. Lass mich los. Au. Okay, gut, wir sollen hier hoch. Wie packen wir das? Indem wir den Strohbein hier da hinschieben, ne? Du machst das schon wunderbar. Nicht wahr? Ich brauch dich nicht, Vibe. Jetzt schieb den doch nicht wieder weg. Hallo? Ähm, wieso springt der nach vorne, wenn ich nur da drauf springe? What the f... So. Hahaha. Yay. Das findest du gut jetzt, ne? Au. So. Rache ist... Hahaha. Ich glaub, das Spiel beinhaltet eigentlich nicht als Ziel, oder kriegen wir dann so'n Erfolg oder ein Achievement. Das hier ist ja schon, ist ja schon, ist ja schon, also... Warte, bedeutet das da eigentlich? Warte, bedeutet das Schild da oben rechts? Ähm, ich glaub... Gott, da fass ich nicht was. Also, das da oben. Ach, das kann man auch schieben? Ja Mensch, das ist ja... Moment, Moment. Teamwork! Hahaha. Gut, ne? Aber das krieg ich nicht da, das krieg ich nicht in die Tiefe geschoben, ne? Dann müssen wir das so machen, ja. Komm, hoch da. Jawohl. Also, äh, das, das, das Schild da. Weißt du jetzt zufällig, äh, was das, ähm, was das ist? Vielleicht, dass wir das Level gestartet haben? Moment, Moment, ich, 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 ich würde, ich hätte dir auch geholfen, also... Ja. Du selbst ist die Frau. Ja, ja, ja. Voll emanzipiert hier alles. Ah ne, es geht doch mal los. Ne, ich, ich will doch nur da hoch. Mehr will ich doch gar nicht. Hui. Ah, warte mal, warte mal. Das ist, das ist meine Kanne gewesen. Was ist das? Aha. Und was bringt's? Keine Ahnung, mal gucken. Wenn das Punkte bringt, will ich das auch machen. Moment. Äh, Gesicht, ich pack dir das Gesicht jetzt hier auf den Stern. Nein. So, jetzt hätt ich gern Punkte bitte. Oh, ein Pferdchen. Kassenchieb, los. Ja, ja, ja. Hui. Halt dich gut fest, Frau. Ah. Punkte, Waffe. Ich will die Punkte haben. Punkte sind mir. Das Rost ist geflohen. Was ist geflohen? Das, das Rost ist geflohen, hab ich gesagt. Ach so, geflohen. Ich hab gefroren, verstanden. Nein. Ja, ich, ich lauf da schon mal, ne? Wenn du, was, 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 was? Drück mal grad dreieck, bitte. Dankeschön. Drück die x-Taste mehrmals. Ach so, cool. Kommt herbei. Kommt herbei. Mit dem, äh, Gaul. Ihr garstig. Frau. Ich komm da nicht hoch. Jaja, und jetzt ganz provokativ die ganzen Punkte einsammeln, ne? Ich komm da nicht hoch, verdammt nochmal. Nein. Das ist alter. Das ist alter. Nein. Ich bin nun mal ein paar Epochen, äh, äh. Nein, 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 nein. Das kommt hier nicht hin. Das muss da hin. Nein, muss es nicht. Dankeschön. So. Ähm. Muss der Gaul auch hier hin? Warte, ich zieh euch. Nein, ich zieh euch nicht. Das sind Punkte. Genau, zieh uns mal. Hey! Warte. Nein. 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 Yeah. Oh, das, das, das. Lässt du mich grad gewinnen, oder wie ist das? Ne, da ist noch ein Sticker. Warte mal. Ach, ein Sticker, ey. Ich will gewinnen und keine Sticker sammeln. Ja, da mach du mal da. Aber heute noch. Ich hab Hunger. Ich hab's gleich. Moment. Jaja, ne, keine eine. Ich, ich, ich bleib hier mit meinem Gaulen. Mit meinem besten Freund, äh, dem Pferd. Oh, bis dann. Nicht, ich sterbe sonst. Oh, jetzt sterbe ich. Ja. Ja. Oh. Ja, tut mir leid, das, das, das wusste ich nicht. Warte, ich aktiviere. Ja, ja. Oh, Moment. Ne, wenn ich das nicht aktiviere, dann kann ich ja jetzt Punkte sammeln, ne? Haha. Ne, ich bin ja nicht so, ne? Ich schlage zwar meine Frau und alles, aber, aber, so, ne. Hui. Hehehe. 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 Perfekt. Hehehe. So muss das sein. Hehehe. Hehehe. Schön. Hui. Warte, 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 warte. Ja genau. du bist was schwerer als ich liebling lauf 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 ich bin fett ich habe nur gesagt dass du schwerer bist das kann ja auch sein dass du normalgewichtig und ich eben magersüchtig bin ach man also ich meine du könntest mir ja auch helfen so ist das ja nicht das ist ganz alt ja ich krieg dann schon hin ja perfekt also früher oder später ich hoffe du amüsierst dich da oben ja so ok was ist denn das leuchtending da welches? ja da links da da ist wie dein Sticker ah warte hilf mir doch mal ich komm doch nicht hoch entweder will der will die Sackratte hier nicht nicht springen oder mal einen Sticker bitte natürlich ich komm doch nicht hoch da ist doch ein Sticker ach so da drüber jetzt habe ich ihn auch erst gesehen ich dachte du meinst das leuchtending was ich eben meinte also ich komm doch nicht mit dieser Tiefe zurecht muss ich zugeben ähm 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 ja geh mal drauf ich geh mal drauf äh so jetzt holst du ja du hast nicht gesagt warte 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 so hals fest Frau ja ich verwirr's doch ja teamwork so und wie kommst du jetzt hier rüber ganz weit hallo ja wunderbar siehste so hier dieses leuchten achso das ist für ein Sticker ok Moment ich pack mir den Käse und dann geht es ja ok siehste wunderbar wir sind nach allem doch ein gutes Team ist das ein Aff oder was ist das ich weiß es nicht klingt ein bisschen wie ein Kind aber sieht aus wie ein Affe mit Schlüsseln kannst du überlebensherausforderungen und Punktherausforderungen freischalten halte die Augen auf einige sind sehr schwer zu finden ok dankeschön so was hat es da mit dem Schlüssel auf sich ja warte ähm willst du springen diesmal ja komm spring du mal so oh 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 warte hin ich bin das erste mal unten ja ein bisschen erbarmen so perfekt oh hier ist ein Fähnchen was wir haben eine ganz schöne Fahne kann das sein ja räuspern das ist gut das machst du toll bringe eine schwarze Deko am Schwanz ja Schwanz manche Schwanz bringe eine Schwanz Deko Schwanz an meinem Holzpferd an und weiter geht's springe auf den roten Knopf äh Knopf wenn du Hilfe kannst also so 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 Moment 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 spring äh Dekos anbringen jetzt zeigt sich dass du dir gar nicht so viele Heimwerkersendungen hättest ansehen müssen oh es ist Kinder ja das spring doch nach vorne wie kann der nicht einfach nach vorne gehen und wie war ich nicht was bitte was war das grad was war das grad warte ich will auch an die Kartoffel so das kleine Kartoffel warte denn sonst bereit für ein Rennen äh du musst loslassen ja ich hab losgelassen tschüss oh 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 ja passt ne hui 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 wer ist jetzt erster du bist erster ne du bist erster ah großartigste langsam verstehst du die Grundlagen alle Spieler stellen sich vor der Lebensanzeige mal sehen wie du warst ich glaube ich glaube diesmal hab ich gewonnen nein nein ja nein komm her wei nein komm sie sofort her äh kommt sofort her jawohl so muss das nämlich jetzt schlag mich doch nicht vom Podest runter ich hab den Pokal ich gehöre aufs Podest so warte 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 einen Moment erbarmen bitte einen Moment Gnade nein ach man jetzt kann ich mich gar nicht mehr so total motzig ne 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 warte dann müssen wir das dann muss ich das jetzt im Cockpit machen selber schuld ja meine Siegerpose ne du gehst jetzt da weg hast dich super geschlagen klar ja ich weiß hey sieh dir mal die Zentrale an ein paar Verschönerungen würden ihr nicht schaden du kannst sie so einrichten wie sie dir am besten gefällt ist doch schick so drücke ein paar mal auf die Zurück Taste um den Zentralcomputer zu verlassen und öffne dein Puppet um mit der ich hab gewonnen ich hab gewonnen nein du schlägst mich nicht sondern ich schlage dich komm her du komm her ja so äh Verschönerung ey Sarah keine Bewegung gut ich hab gewonnen ja Herzliste in der du alle deine Lieblingsdinge verstauen kannst und sie so leicht wieder findest um etwas hinzuzufügen drücke die Menü Taste ist ein klein wenig groß findest du nicht auch erscheint ein kleines Zusatzmenü dort kannst du das Symbol mit Herzen versehen sodass es automatisch dieser Seite hinzugefügt wird nein wunderbar nein nein ähm Sarah du sollst Sarah du sollst hier das Cockpit verschönern jetzt hab ich ein Gesicht auf dem Bauch das wirkt mir jetzt zu blöd sag was war das du sollst das Cockpit verschönern und nicht mit ganzen Heinrichs hier verunstalten guck mal hier ist jetzt überall das Gesicht vom Heinrichs sogar auf meiner Mütze und sogar auf deiner Mütze also das ist ja wohl so ähm ja eigentlich ne haben wir ne soll man auf die nächste Folge verschieben gemälert können wir machen können wir machen war das jetzt ne Frage ich können wir machen du hast jetzt nen Pferdeschwanz am Kopf ich hab nen Schwer warum warum hab ich nen was ist das denn was was hast du mit mir angerichtet weib büße dafür tut büße dafür nein los ja gut dann ähm schmolle ich eben vor mich hin und dann ist alles gut du bist wahnsinnig lass mich in Frieden nein das quietscht das will ich nicht auf mir haben oh Sarah bis zur nächsten Folge bis dann bis dann